Musik Schauen Sie sich bitte einmal an, wie gerade sich dieser Hund hinsetzen kann. Kann Ihr Hund das auch so, so gerade? Musik Und wie gerade er sich hinlegt. Es handelt sich hier um eine zehn Jahre alte Malinois-Hündin. Viele sagen ja auch Malinois oder einfach Mali, die zu der Rasse des belgischen Schäferhundes gehören. Vielleicht kennen Sie ja einen deutschen Schäferhund und schauen mal, wie der sich hinsetzt oder hinlegt. Wie setzt sich Ihr Hund hin? Sitzt er vielleicht dann doch lieber auf einer Pobacke? Oder wie legt sich Ihr Hund hin? Gleichseitlich. Das kann natürlich darauf hinweisen, dass ihm ein gerades Sitzen einfach unangenehm oder gerades Liegen einfach unangenehm ist. Es kann natürlich auch eine Angewohnheit sein. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang die Frage, hat mein Hund das immer schon so gemacht? Schauen Sie sich doch vielleicht mal ein älteres Video an oder ältere Bilder. Wie sitzt er da? Wie liegt er? Also bitte immer wieder mal fragen, hat mein Hund das so schon immer genau so gemacht? Unter diesem Video finden Sie noch zwei Links zu anderen Videos von mir. Die können auch nochmal Aufschluss und weitere Infos geben zu diesem Thema. Also . Untertitelung des ZDF, 2020